So Leute, wir sind jetzt auf dem Eiffelturm und gehen jetzt da hoch. Wird wahrscheinlich relativ anstrengend und bedauern. Da waren so viele Leute, aber ich dachte es dauert viel viel länger. Dann sehen wir uns gleich auf der ersten Etage wieder. So Leute, wir sind jetzt auf dem Eiffelturm. 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 So Leute, wir sind auf dem Eiffelturm. Wir waren jetzt gerade auf der ersten Etage, die gerade mal da ist. Und wir müssen noch da hoch und können ja nichts mehr. Und dann noch den ganzen Weg runter. Nee, der Weg hinter ist nicht schlimm. Ich mach nur diese kleinen Klappen, diese Klappen nicht. Ich muss alles nicht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020